Ja, hallo liebe, ich weiß gar nicht, äh, fremde Welten, Freunde, ich bin's, der Tenshi, und wir spielen wieder Homebrew, let's klubsch und so. Ähm, ich hab ja letztens gesagt, wir wollen uns heute mal anschauen, übrigens, das ist für mein Fahrzeug immer noch, ne? Geil. Ich würd mir gerne mal anschauen, den Multiplayer, wie das funktioniert, wie das aussieht. Ähm, ich hab natürlich jetzt ein Problem, es ist wirklich sehr spät gerade, und ich würd hier mal schauen, und wenn ich jetzt auf Brause klicke, dann kommt, ja, ein Spiel. Wir gucken mal, ob wir reinjoinen können. Wie geht das überhaupt? Direct join, okay. Wird cool, ein Typ ist drin, ich weiß gar nicht, wie man schreibt. Muss ich mal schauen, muss ich noch rausfinden, Enter drücken oder so, Z, keine Ahnung. Was, Connecting fehlt? Nein, Leute, nein, warum? Party, Brause. Loading. Obwohl, ich muss auf Join klicken und nicht auf Direkt join. Ach, Direkt join, da wollt ihr es über die IP-Adresse machen. Da ist jemand. Hello. So, Bläh, Homebrew, Online, Bies, ne? Aha, Connected. Achso, jetzt bin ich hier drin auf den seiner Welt, oder was? Da hinten ist er, geil. Können wir gehen mal gucken. Huch. Alter, es dauert ja ewig, bis das ihr aufbaut. Okay, lass es fallen, mein Freund, lass es fallen. Geht doch. So, dann fahren wir mal da mal hin. Ich habe leider noch keine Licht dran. So. Versuchen wir mal zu ihm zu fahren. Ich weiß gar nicht, was er da hinten macht. Der hat eine Krone auf, ist ja auch lustig. Wow. Wow. Muss echt vorsichtig fahren. Wum, 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 wum. Ich habe ja das coolste Fahrzeug überhaupt, Leute. Habe ich ja letztens gebaut. Für alle, die das nicht mitbekommen haben. Ne, habe ich schon gebaut. Wow. Gut, gut. Oh, oh, oh. Hier geht es tief runter. Jetzt gerade ausfahren. Oh, yeah. Geil. Ein bisschen bremsen. Vorsichtig. Ja, das ist doch kein Bremsen, Leute. Was ist denn das? Ja, hier sind die Sprungchancen. Ich will zum, zum, äh, Ignius. Ignius hat bestimmt geile Sachen gebaut, die er mir bestimmt gerne zeigen möchte. Deswegen fahren wir zum Ignius. Und ja, das ist dann wahrscheinlich Multiplayer. Man gurkt hier einfach rum. Das ist halt wirklich wie... Hä? Hä? Was? Hä, mein Fahrzeug ist... Oh, da ist noch jemand reingekommen. Okay. Aber warum ist mein Fahrzeug auf einmal weg? Wird ja einfach das Fahrzeug unter dem Hinterklaut. Das gibt es ja gar nicht. Na, dann fahren wir mal zum Ignius. Oh, der Micron ist weg. Schade. War ganz cool mit ihm. Alter. Oh, ich kann gut bremsen. Ich habe gerade gebremst, Leute. Das ist ja krank. Na, wie gesagt, das kann man ja eigentlich alles einstellen. Hä, ist der im Boden drinne? Wo soll denn der sein, bitteschön? Wo soll denn der sein? Ist der im Boden? Baut der vielleicht gerade? Der baut vielleicht gerade irgendwie an irgendwas. Ja, ist natürlich ein bisschen blöd, wenn der jetzt gerade am Bauen ist. Oder was auch immer der da macht. Wir werden es gleich sehen, ob er hinter den Hügel, ob es da runter geht oder nicht. Ach, spannender Moment. Ein spannender Moment. Gleich sind wir nicht mehr alleine. Und er ist natürlich irgendwo im Boden. Ach, die Bremsen sind so stark, Leute. Die Bremsen sind so verdammt stark. Okay, hier kommt nichts. Ich kann nicht I drücken. What the fuck? Kann ich echt nicht I drücken? Da ist Mike 1. Doch, I geht. Ähm, ich könnte zum Beispiel Fastedit machen. Jemand hat gesagt, ich bräuchte eigentlich mal einen Überrollbügel, so oft wie ich hinfalle. Ist eine gute Idee. Werde ich mich gleich mal drum kümmern. So, nee, erstmal müssen wir nochmal kurz schauen. Ähm, hier könnte ich eigentlich einen langziehen. Das ist eine gute Idee. Machen wir. So, das heißt, wir brauchen... Jetzt sind wir noch in einer kleinen U. Obwohl, ein riesengroßes U. Gibt es ein riesengroßes U? Naja, das sieht nicht besonders riesig groß aus. Kannst du vergessen. Much too klein. Wobei es auch natürlich auch eine coole Art wäre. So, dann direkt daneben noch eins. Wenn ich das so ja machen würde. So. Hm. Naja, ist glaube ich viel zu schwach. Also, holen wir uns erstmal eine fette Line. Okay. Eins. Eins, zwei, drei, vier. Und diese bauen wir jetzt hier oben dran. Hä? Okay. Jetzt aber. Funktioniert. Du kommst dahin. Du kommst jetzt. Quasi, der ist auch von außen dran. Dann machen wir den auch außen dran. Jetzt kommen Kurven. Das sind die U's. Kurven. Machen wir mal gleich die Fünferkurven. Warum nicht? Das sieht vielleicht ganz schick aus. So. Dann hätten wir uns ein Überhörbügel. Eins, zwei, drei. Ähm. Wo ist hier unten? Da ist unten. Okay. Ja, das ist wieder so. So. Okay. Jetzt brauchen wir aber noch die passenden Lines dazwischen. Das ist natürlich eine gute Frage. Was für eine Line braucht man denn da? Line 9 ist ja so lang. Ein Line 9? Könnte vielleicht, wenn ich Glück habe, reinpassen. Ah, das ist doch kein Line 9. Das ist ein U9. Tenshi, du bist schon... Oh, scheiße. Ich gewinne immer mehr. Es sind immer mehr. Sie vermehren sich. So, jetzt aber. Wir testen mal. Und es passt perfekt rein, Leute. Hab ich ein Schwein. So, und das ist jetzt mein Überhörbügel. Was heißt Überhörbügel? Das Problem ist, glaube ich, ich kann trotzdem da liegen bleiben, wenn ich Pech habe. Hm. Ah, das hätte ich backen müssen. Scheiße. Okay, ist noch da. Puh. Backen. Geh. Zwei. Was weiß ich? So. Ach, hier muss ich es noch irgendwie laden. Fuck. Oh, nein. Sag bloß, ich könnte das jetzt auch hier bauen können. Oh, ich könnte das auch hier bauen können. Okay. Eins, zwei, vier. Fünf, sechs. Oh. Okay. Naja, kein Problem. Wir wissen jetzt, wie es geht. Das alleine zählt. So. Dann dich auch noch. Okay. Überhörbügel sind die wichtigsten Bügel, die es gibt auf der ganzen Welt. So, dann gibt man noch die Kurven. Kurve fünf hat man. So, die größten hat man. Eins, zwei, drei, vier. So. Bam. Bam. Okay. Das sieht schon ganz gut aus. Ja, dann gucken wir mal. Also, das ist das Problem ist nämlich, ich bin jetzt im Multiplayer. Bin im Multiplayer. Aber ich sitze jetzt hier und baue genüsslich an mein Auto rum. Könnte natürlich problematisch sein, weil die Leute wollen ja vielleicht was von mir sehen. Und ich bin aber hier genüsslich am Auto bauen. So. So, ist gebacken. Ja, sieht gut aus. Okay. Damit gehen wir jetzt raus. We didn't bake. Cancel, cancel, backen. Aus geht's. Gescannt. Und dann schauen wir mal, was unsere Freunde so machen. Wenn die überhaupt was machen. Igneos ist immer noch da. Mike ist... Oh, da sind noch ein paar andere. Da fliegt sogar einer rum. Also, ich... Krass. Da fliegt einer. Man kann auch Helikopter und so einen Scheiß bauen. Alter, da kommen gerade einen Haufen Leute rein. Das ist ja voll geil. Geil. Der Mike One da hinten. Der ist abgestürzt. Cool. Er stört jetzt aber ein bisschen. Also, jetzt sind bestimmt auch die FPS-Zahlen... Also, die FPS-Zahlen... Oh, man kann auch... Mit Tab... Kann man so ein komisches Ding machen. Ah, man kann sogar ranzoomen. Oh, Mike, grunnen sich trotzdem nicht da hinten. Geile Musik. So, was ist jetzt los hier? Man reiche mir mein Fahrzeug mal, Leute. Man reiche mir mein Fahrzeug. Oh, was ist denn da passiert? Und das fährt dann rum. Ich würde es mir gerne mal anschauen. Zumindest nur mein Fahrzeug will irgendwie nicht. Nochmal neu. Fall bitte runter, Fahrzeug. Na, dann renne ich halt. Oh, jetzt ging es gerade. Nein, und ich habe gerade neu gemacht. Na, gerade eben ist es runtergefallen. Ah. Aber man darf nicht hingucken. Das ist das Geheimnis. So. Der Oberrollbügel, ja, der ist ganz knapp. Versuchen wir mal, da hinzukommen. Wenn wir Unfall bauen, kein Problem. Steigen wir aber aus und setzen uns nur ein. Mh, geil. Oh, yeah. Ich habe das geilste Fahrzeug. Nur leider kann ich nicht schießen. Vielleicht hätte man die echt noch mit dem Motor verbinden müssen. Oder mit dem Benzintank. Hätte vielleicht mal was schauen müssen. So, ich bin richtig schnell. Auch wenn ich noch kein Display drin habe. Aber ich bin hundertprozentig sehr, sehr schnell. Oh, yeah. Oh, geil. Und Oberrollbügel? Ja, dachte ich mir schon. Und dass ich nicht einfach so liegen bleibe. Aber die Chance ist größer jetzt geworden. So. Oh. Der hat so eine Art Panzer gebaut. Da freue ich mich ja schon richtig, da hinzugehen. Ja, schön, wenn man falsch rum sitzt. Nein. Jetzt hatte ich sie falsch rumgedreht. Dann muss ich rückwärts fahren. Okay, jetzt aber. Jetzt haben wir es geschafft. Alter, die können ja ballern. Ist ja Hammer. Und ich kann das nicht, Leute. Das ist ja voll fies. Nur weil ich so blöd bin. Nee. Mio. Oh. Ja. Yo, hallo. Was geht ab, Mann? Das ist so packig immer. Yo. Hello. Oh, nice. Alter. Mit Raketen und alles. Geil. Ja, fährt einfach durch mein Drum-Drum-Auto durch. Ja, cool. Der ballert ein bisschen rum. Ich konnte nicht ballern. Aber sieht schon ganz schick aus, ne? Wenn man sich ein bisschen Zeit lässt, kann man da bestimmt was machen. Allerdings, liebe Freunde, das habe ich nicht vergessen zu erwähnen, wird das wahrscheinlich erstmal die letzte Folge sein. Weil, soll ja bloß denn jetzt Clubs sein? Mal ein bisschen gucken, wie das so ist, das Spiel. Und ich glaube, es ist schon... Man kann da echt coole Sachen mitmachen. Man muss nur echt mal gucken, wie die Steuerung alles funktioniert. Eigentlich müsste ich ja Maschinenpistolen rumballern können, aber es geht. Entweder geht das noch nicht. Obwohl, die Waffen gehen ja auch, was der da hat, ne? Ja, der kann auch ballern. Dafür bin ich schneller als er. Okay, der hat gerade loll geschrieben. Ja, ich habe halt sehr gute Fahrzeuge. Ich kann ja auch mal den Default, ein Defaultplane nehmen wir mal. Mal gucken, ob das funktioniert. Hier ist eine gute Startbahn. Okay. Alter, sieht auch fett aus, ne? Ist schon was Feines. So. Drücken wir mal V. Was ist das? Was ist die feste Perspektive? Ist das? Seitlich ist die beste Perspektive? Wollt ihr mich verarschen? Hä, nee, hä? Da, wo ich... Da, wo ich hingucke, oder wie? Verstehe es nicht. Verstehe das mit der Perspektive nicht. Die dreht sich total krass. Ja, muss ich halt von drinnen fliegen? Hilft alles nichts. Aber wie fliegt man so ein Ding? Irgendwie muss man da hoch und runter lenken dann. Von draußen könnte ich es testen. Ah, so kann ich es so machen. Aber hoch und runter. Ah. Und wie gebe ich dann Stoff? Wo kann ich jetzt hier Stoff geben? Ähm. So, wie kann ich jetzt Stoff geben, Leute? Mit Shift? Nein, mit Steuerung? Alt? Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich glaube, ich muss noch nur Stoff geben können. Ich will fliegen! Irgendwie... Ah, mit Space! Glaube ich. Mit Space, Leute! Wer soll das denn, äh, wissen? Aber da passiert auch nicht viel gerade. Ich glaube, das war nur, äh... Ich glaube nicht, dass das mit Space war. Moment mal. Key Bindings, Leute. Da müssen wir schauen. Vehicle. Move, Strafe, Zoom. Action. E. E. Run. Jump. Eigentlich muss noch Vehikel gehen. Ja. Break. Handbrake Space. Break is down. Ah. P und M. P und M sollte das eigentlich sein. Wo ist mein Flugzeug hin? Da unten. Und tja. Ich mache mir ein neues. Oh yeah. Komm runter, mein Freund. Ja, das ist das... Das ist der Multiplayer. Also, wenn man jetzt nicht gerade mit Freunden spielt, ist es, glaube ich, ähm, nicht so, äh, äh, ähm, gut. Sage ich mal. Wenn man jetzt nicht mit Freunden spielt. So. P. Alter, man muss P drücken. Jetzt nach oben. Komm. Yeah, yeah, yeah. Wow. Ganz schön lauter Motorgeräusch. Aber hey, es funktioniert. Ich bin wieder hier. Oh Gott, es ist wirklich laut. Aber cool. Ich muss doch nicht schießen können, oder? Da sind keine Schüsse dran. Aber cool ist es schon. Ist nur ein bisschen schwierig. Ich finde es ein bisschen schade mit der Perspektive. Ah, jetzt haut die Perspektive hin. Geil. Oh yeah. Und das ist also hier, ach, das ist eine Art Arena. Kann man da gegeneinander kämpfen da drin? Ja, kann man schlecht sehen gerade. Oh oh. Oh oh. Ha. Yeah. Oh, man kann leider nicht explodieren. Und das ist also hier eine Fighting Arena. Aber cool, ne? Das Flugzeug macht schon was her. Na, hier bringt es nicht mehr viel. Aber seht ihr mal, Leute, da seht ihr mal, äh, wie geil das Spiel eigentlich sein kann. Mal gucken wir mal das Ding noch mal uns mal anschauen. Ist heute halt dann statt eine Multiplayer-Folge ist es halt eher eine... Ah, ist ja geil. Ist ja geil. Ah, geil. Okay. Nehmen wir mit. Ist halt eine, ähm, Anschau-Folge. Ähm, V. X. Was war das denn gerade für ein Geräusch? Ich hab's angemacht. Oh mein Gott. Oh. So kann ich nach vorne fliegen. So kann ich links und rechts fliegen. Aber wie kann ich nach oben? Mit P? Ah, mit P. Aha. Ah. Geil. Ist schon Hammer, Leute. Ah, die Passitive ist schon wieder für den Arsch. So, so ist gut. Wow. Nach hinten fliegen geht leider nicht. Oh, cool. Dann kann man sich wieder nicht umgucken. Das ist ein bisschen nervig. Aber was soll man erwarten? Haha. Wuuu. Geile Motorgeräusche. Das ist geil. Das gefällt mir. Ich nüge, was bewegt er sich? Was ist denn da hinten? Was ist außerhalb dieser, dieser Mauern? Gibt's da irgendwas? Weil da hinten ist ja auch so ein, so ein Zeichen. Ich glaub, da hinten gibt's nichts. Hä? Ach, hier draußen kann man hier rumfahren oder was? Lol. Ernsthaft? Ist die, welches hier draußen noch? Krass. Es ist anscheinend Wasser und alles. Lol. What the fuck? Das ist ja geil. Fliegen wir mal da hinten. Hä? Was ist da denn gerade der, 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 der Ignius? Das ist ja krass. Ich hab gedacht, das war schon die ganze Welt, aber die Welt geht anscheinend noch riesengroß weiter. Das ist ja Hammer. Ja, es geht tatsächlich weiter hier draußen. Hier ist die Wüste. Da ist eine Pyramide und alles. Lol. Eine riesige Welt. Und ich dachte, dass da, wo ich war, was die Kleine... Hä? Wie kommt man denn da raus, da, wo ich war? Da war auch ringsherum abgeschlossen. Das ist ja geil. Mal gucken, was da ist. Da scheint ja anscheinend irgendwie ein wichtiger Punkt zu sein. So, mit M ging's, glaube ich, runter oder mit N? Bin mir gerade nicht sicher. Nee, 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 nee. Okay. Das ist ja geil. Das hab ich ja gar nicht gewusst, Leute. Na, habt ihr wieder was gelernt, Leute? Man kann in solchen Spielen. Man muss sich... Oh. 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 Escape. Ich würd' einfach nur, ähm, das Menü aufmachen. Aber ich bin gut gelandet. Oh. So viel zum Thema gut gelandet. So, dann schwimme ich mal an die Oberfläche. Okay. Komm schon, lass mich raus. Ja, so viel zum Thema gut gelandet. Komme ich jetzt hier wieder raus? Bitte schön. Kann ich hier hochlaufen? Geht das? Ich möchte das fast schon bezweifeln. Aber wenn ich Glück habe, dann ist die Engine die Engine ist leider nicht so, wie ich mir das gehofft habe. Das ist ja krass, Leute. Aber jetzt gibt es bestimmt hier kein Boot, oder? Doch, ein Boot. Ja, wir haben halt einfach alles hier. Geil. Man kann sogar Boote bauen, Leute. Das ist ja mal geil. Hätte man es vielleicht beim ersten Mal angucken sollen, glaube ich. Nicht nur. Ist das jetzt schon gespawnt? Ist das schon physikalisch da? Sieht nämlich noch nicht so aus. Ah, jetzt ist es physikalisch. Ah, geil. Oh yeah. Mal anmachen. Man kann sogar Boote bauen, Leute. Oh, jetzt habe ich es geschafft, rauszukommen. Man kann sogar Boote bauen. Man sieht doch echt gut aus, das Boot, ne? Macht doch Fun. Man kann gut damit fahren. Wie kann ich denn Licht anmachen? Ich dachte mit L oder so, aber anscheinend nicht. Geil. Oh yeah. Da fahren wir jetzt einfach geradeaus zu zu und hüpfen aufs Land. Oh. Ja. Ähm. Alter. Äh. Oh mein Gott. Und nicht so viel zum Thema erhüpfen aufs Land. Aber Hammer, Leute. Die Welt scheint echt noch größer zu sein, als ich mir das jemals in meinen kühnsten Träume ausmalen hätten können. Aber es ist krass. Hätte ich... Hä? Lol. Weil ich dachte, das ist vielleicht ein Bug, dass die jetzt einfach hinter der Mauer sind. Aber hier ist ja wirklich eine ganze Welt. So, hier komme ich auch hoch. Das ist gut. Was haben wir hier gefunden jetzt? Hier auf der... Oh yeah. Oh yeah. Einfach nichts. Und wisst ihr was, Leute? Das... Dieses besondere Nichts ist eigentlich perfekt. Oh, hier gibt es einen Helikopter. Ist natürlich perfekt für einen Helikopter. Eigentlich würde ich jetzt mein, äh, mein Gefährt rausholen. Aber einen Helikopter muss ich natürlich auch noch testen. So, dann fall mal runter, mein Freund. Komm, fall runter. Ich werde zu lange nochmal die Keybindings anschauen. Und zwar... P und M. Ja, tatsächlich P und M. Okay. Okay. Ah, neigen, neigen, neigen. Okay. Engine anmachen. Und jetzt fliegen wir hoch. Hahaha. Hallo, das Kamera. Oh shit, die Kamera bewegt sich. Scheiße. So, wenn ich nach vorne fliege, geht's irgendwie. Hä? Wie fliegt denn das Ding? Wie kann man sich denn hier mit drehen mit dem? Okay, mit drehen ist nicht so einfach. Muss ich hier mit der Maus fliegen? Kann das sein? Das wirkt fast so. Ah, das ist eine Rennstrecke, glaube ich. Hä, wie fliege ich denn hier? Ich habe keine Ahnung, Leute. Ah ja, zur Pyramide wollte ich mal. Aber ich weiß gerade nicht, wie man fliegen soll. Weil, wie man sieht, fliegt man hier irgendwie. Ich weiß nicht, wie man sich drehen kann. Vielleicht damit. Ah, mit den Pfeiltasten. Okay. Nicht so einfach, aber es funktioniert. Aber es ist cool, Leute. Das ist cool. Man kann hier echt gut was machen. Mal schauen. Vielleicht mache ich hier dann auch irgendwann mal ein Video. Weil hier gibt es ja echt noch viel zu entdecken. Und bloß ein Blut, dass man hier keine richtige Steuerung hat. Da unten? Da unten ist doch irgendwas. Was ist denn da unten? Ich sehe es nicht. Oh oh. Man sieht ja nichts. Na, wieso machen die alle die festen Perspektiven? Dreh wir uns mal vorsichtig. Liegen wir mal nach vorne. Da unten ist einer. Für den will ich. EGNI ist der Chef vom Server. Also gute, krasse, große Map. So. Ja, der ist aber auch nicht da anscheinend. Aber cool. Komm, höher fliegen. Gibt Gummi. Oh Gott. Der ist schon am Rumeiern. Kann man nicht anders sagen. Schon am Rumeiern. Ja, cool ist es, Leute. Cool ist es. Ich will schnell mal nach vorne fliegen. Ich würde mir die Pyramide noch anschauen. Aber es ist echt nicht so einfach, wie es vielleicht aussieht. Weil es sieht nur so einfach aus, weil ich halt Profi bin. So, bitte nach da. Miau. Klatsch. Also es ist schon lustig, dass es jetzt hier so ein Volldie Pyramide gibt. Da würde ich einfach noch den hier nochmal nehmen. Mein Lieblingsauto. Von den ganzen Dingern. Jetzt ist der Helikopter. Nein, der stürzt ja gar nicht ab. Schade, dass es hier nicht so was wie Explosionen gibt oder so. Komm runter. Komm. Physik on. Physik on. Okay. Sieht doch schön nicht schlecht aus. Da unten leuchtet es. Hat das hier einen Kern oder was? Hä? Shit. Was ist denn jetzt los? Ach, die falsche Richtung jetzt. Ach. Ach. Ich wollte bloß nicht zur Pyramide laufen. Na gut. Dann werden wir noch einmal was anderes machen. Und zwar würde ich gern nochmal... Ähm. Ein Default-Track-Razer. Ein Transporter. Was soll denn der transportieren? Den muss ich mir mal anschauen. Was soll denn der transportieren? Ey, irgendwie geht das nicht. Was ist jetzt los? Hm. Huch. Weitere Taste. Wieso kann ich den nicht nehmen? Kann ich den nehmen? Oder ich wollte ja eigentlich das hier nochmal machen. Diese Rakete wollte ich eigentlich haben. Die hier. Die würde ich gern nochmal. Ich kann grad nichts mehr machen. Shit. Shit. Wahrscheinlich aus dem Server ausgeflogen. Keine Ahnung. Aber interessant, Leute. Man kann also doch noch einiges machen. So, mal gucken, ob ich noch ein Video mache oder nicht. Aber wahrscheinlich nicht. Auch wenn es coole Sachen gibt. Huch. Ähm. Auch wenn es coole Sachen gibt. Aber wahrscheinlich erstmal nicht. Das war's quasi mit dem Letzklubsch. Und ich muss sagen. Auf den ersten Blick ist es ein bisschen komisch, das Spiel. Und die Physik ist auch ziemlich für den Arsch. Also auf den ersten Blick. Aber ich glaube, man kann da einiges rausholen, wenn man sich da mal ordentlich damit beschäftigt. Da gibt es bestimmt geile Sachen, die man bauen kann. Und vor allem jetzt, dass die Welt noch hier riesig geworden ist. Das ist natürlich dann nochmal so eine Sache, die ich ja nochmal noch mehr, also die ich richtig feier. Ich dachte ja echt, das ist so eine kleine Welt, aber die ist ja riesig. Da kann man auch wirklich mit Raketensachen auch was machen. Ähm. Weil ich hier drin bin. Ich mach mal Disconnect. Ähm. Ja. Bin ich jetzt Disconnected? Ja, ich bin Disconnected. Und jetzt geht das ja auch. Ohne Probleme. Alter, geil. Ich fahre das immer noch so, diese Teil. So. Dann zum Abschied. Werden wir uns nochmal in eine Rakete begeben. So. Schauen wir mal, ob wir das von draußen anschauen können. Das ist so Hammer. So. Wie war das nochmal? Ich glaub mit P. Nee, hä? Wie könnte ich denn das Ding jetzt starten hier? Jetzt ist aus. Jetzt ist an. Ah, mit Shift. Ah, super laut. Oh yeah. Alter, wie hoch das geht, ne? Wir hätten mal lenken sollen. Wir hätten mal lenken sollen, Leute. Oh. Hä? Fliegen wir weiter hoch als das Ding? Wir haben uns rauskatapultiert. In die unendliche Weite des Weltalls. Da fliegen wir jetzt rum. Und hier werde ich mich verabschieden in dieser wunderschönen Umgebung. Gut. Dann würde ich sagen, ich war der Tenji. Hier von Sindubs Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ihr könnt das Spiel mal anschauen. Es gibt eine Demo auf Steam. Ja, nicht vergessen, auf Steam könnt ihr euch eine Demo anschauen. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß. Ja, bis dann. Tschüssi. Ja, bis dann. Ja, bis dann. Ciao. Vielen Dank.